Was dir persönlich am besten gefallen hat, du filmst das Ganze, das ist gut, für rechtliche Zwecke kannst du mich dann einfach verklagen sehen. Also hier mal ganz kurz, wie heißt du? Emanuel. Emanuel, du kommst aus? Klagen für den Bösterheit. Da hast du eine sehr weiche Schreckung gehabt, ja? Ja, elf Stunden. Elf Stunden. Bist du jetzt eben gerade erst gekommen oder bist du jetzt schon angereist? Gestern. Einmal. Also, ein Mann mit einem weiten, weiten Weg, deswegen auch einer Meinung, die hoffentlich jetzt für den Zwerder passt. Was hat dir jetzt von den Spielen, die wir da gesehen haben, gerade am besten gefallen? Also ich frage ja meistens auf Spore, von Satellite 3. Da kam ja die Ankündigung von Will Wright. Warum wollte ich gerade auch Spore haben besonders? Will Wright allgemein gewollte Spiele noch. Das Spielbezieher fand man einfach super. Das ist einfach, dass man vom Clan aus immer wieder eingreifen, die Modulationen wieder aufstellen kann. Cool. Also du sagst auch, dass mit dem Ansatz raus und neue Kreationen wie Ideen in dem Spiel mal wieder gepusht wird und deswegen hast du da auch mal viel Lust drauf. Ja, vielleicht auch die Ehren und das Drehen, wenn ich etwas zu spüren kann. Ja, aber dann würde ich vielleicht ganz persönlich freuen, dass wir nicht nur in dem Späler ja einiges von Spore gesehen haben, sondern morgen dann auch wieder den Macher persönlich, nämlich Will Wright, den wir hier haben, der ist morgen auf der Bühne, ich guck mal ganz kurz genau, um 11 Uhr an. Und dann wird er halt nicht nur ein bisschen Spore zeigen, sondern wird halt auch einiges näher zu seiner Person und ohnehin auch zu seinen anderen Spielen bestimmt uns erzählt, immer noch legendär die gute alte 5-Reihe. Also von daher, ihr seht, es ist eine Menge, Menge, Menge los. Auf jeden Fall immer noch wieder eine gute Idee hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank.